Komm, fangen an zu reden. So, willkommen meine Freunde, ich bin Crippagea und heute mit einer Folge von Skill. Oh, Torben steht schon da. Torbenchen, Torbenchen, guck beide da schon. Mit uns dabei haben wir der Torben und der Sauron, servus. Hi, hi. Also Gott, konzentriert, Alter. Hallo. Ach, Gottes Wille, es kann nicht sein. Ich habe nicht mal Granate, das ist ja das Scheiß. Man hat nicht mal Granaten hier. Erster Schloss gegen daneben, der hat zweiter Drift erst. Komm raus, ich habe dich schon gesehen hier. Mein Altarzt, euer Scheiß. Du claimst den Tärchen wieder. Ich bin auf das Scheiß eingeblieben, verstehe ich. Nicht lustig, Mann. Ich finde es witzig. Ja. Alter, ich springe und der springt nicht weg. Der springt nicht weg. So ein Mist, aber okay, kein Problem. Also Torben, da kann ich erstmal was trinken. Der haltet sie im Auge. Ich muss wieder auf das Fenster hochgehen, Alter, dann sehe ich dich besser. Mann. Das steht da. Hallo. Sag ich doch, ich muss da da ein bisschen taktisch ändern. Oh Mann, wieso macht meine Waffe keine One-Eat-Kill, Alter, was ist das? Das ist so ein Rotz manchmal, weißt du? Vielleicht musst du mal die C... Okay, hier ist die C-Z. Stopp. Stopp. Woooooooh. Ich weiß, dass er wieder runtergeht. Ja, genau. Ich geh' dort nicht runter, Alter. Das ist ein Lapperstuhl. Ja, genau. Und sonst was du schlägst hier. Er ist bei mir. Woh. Woh. Ja, komm mit deinem Messer, komm. Man kann nicht dafür schießen. Ich denk's, sind wir da rein, ich hab's... Ja, genau. Wie hast denn du mich jetzt erwischt? Tom, das war geil. Also, das hat mir richtig gefahren, Alter. Jo, Mann, das war schon weg. Gib mir eine Waffe, die auch One-Eat-Kill macht. Gib mir auch eine Waffe, die One-Eat-Kill macht, Mann. Was ist das? Das ist doch scheiße so. Was? Alter, durch der Auto, oder was? Durch das Auto erschießt er mich noch, weißt? Du zeigst mir auch schön deinen Kopf, vor allem ich ziele auf deinen Kopf. Du stoppst einfach nicht. Einfach ohne Headshot. Oh, fuck. Oh, Mann. Die Waffe ist so scheiße, Alter. Ich brauch immer zwei verfeegte Schüsse. Oh, es kann nicht sein. Ich muss mir eine andere Waffe kaufen, außer die Schöne in den Arsch. Alter, ihr habt so viel Platz. Schaltet euch nicht. Ich weiß, ihr seht beide am Fensterseite. Einer vorne, einer hinten. Ja, schießt der eine, schießt schon, ey. Alter. Bist du fertig, der Auto kaputt zu schießen? Wow. 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 Treppenhaus hochkommt er bestimmt. Hm. Höch. Oder geht Treppenhoch und außen rum. Alles sofort zum Treppenhoch. Und Ratteölle. Freige Ratteölle. Ein Messer. Wo bist du? Scooby, Scooby, du. Wo bist du? Kuckuck. Nimm das Messer, nimm das Messer, nimm das Messer. Jawoll. Er wollte doch noch das Scheiß auf den Luft jagen, weißt du? Ich glaube, ich spinne. Was denkst du denn zu? Na, Torben, hast du dich erschrocken, hä? Tut mir leid. Ich hab mich echt, wie sie auf dem Schreibtisch hochkommt. Ach, jetzt. Der ist bei mir. Wo bin ich im Lapor? Lade nach. Du rennst nur rum. Ich sag noch im Lapor. Der rennt da einen rum. Ja, aber der ist doch vom Fenster reingekommen. Hätte er mich schon gesehen. Und du wirst wahrscheinlich vom, äh, vom Lübstum schafft. Guck mal. Sei doch ruhig, Mann. Der rennt da sowieso grad wie der Bekloppte. Ich weiß. Oh. Er leckt mich am Arsch. Alter, du siehst doch Sniper und nicht Messern, Mann. Wie Asi. Oh, ohne Witz. Jetzt müssen wir gleich Spezialwaffen nehmen können, weißt du? Ne. Muss Asi sein, mit dem Messer umzugorgeln. Wenn man sagt Snipern. Sicher die Gegend. Ja, 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 tja. Habt ihr schon gesennt, Schi oder Sniper? Boah, du Schweinebacke, Adel. Ich hab's gehört, Alter. Ich hab's gehört, Alter. Ich hab's nicht so gehört. Ich denk mal, ich geh da, kommst da wohl grad eigentlich runter und dann denk mal, plupp. Ja, ich hab erst da gesetzt, weil du gesprungen bist, deswegen. Ah, ja. Egal, ich schätze, was soll man da machen, weißt du? Ja. Du hast mich gepasst, okay? Ah, da unten. Am LKW. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Mann, ich bin total durcheinander gegangen, Alter. Egal, das war's mit Runde von Skilled Special Force 2 mit Tobin und Saron. Danke für's mitmachen. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.